In den Umfragen liegen die Christdemokraten weit vorne. Michael Dondt von der CDU Reutlingen kämpft dafür, diesen Vorsprung auch im Wahlergebnis zu halten. Vor vier Jahren konnte er in seinem Wahlkreis rund 52 Prozent der Erststimmen auf sich vereinen. Beim Besuch in der RTF1-Redaktion hier in Eningen stand der Rede und Antwort. RTF1-Geschäftsführer Stefan Klana begrüßte den Reutlinger Bundestagsabgeordneten Michael Dondt in der Redaktion. Dondt möchte sein Ergebnis von der vergangenen Wahl wiederholen. Also hinsichtlich der Erststimmen haben sie absolut recht. Und die Erwartungen habe ich an mich selber, aber die hat man auch an mich, sage ich mal. Ich hatte fast 52 Prozent der Erststimmen auf Anhieb und diese fünf vorne, das ist schon mein Ziel. Der CDU-Abgeordnete sprach über die Themen, mit denen er das erreichen will. Er möchte zum Beispiel dafür kämpfen, dass Fahrverbote nicht notwendig werden. Es ist wichtig, dass die Industrie die Fehler, die sie gemacht hat, nicht nur ausbügelt, sondern dafür gerade steht. Aber deshalb jetzt quasi das Kind mit dem Bade auszuschütten, ist total falsch. Der Dieselmotor hat noch seine Berechtigung. Er ist effizienter als ein Benzinmotor in vielen Fällen noch. Also CO2 scheint in der Diskussion gerade gar keine Rolle mehr zu spielen. Das ist da ein ganz wichtiges Thema. Der Dieselmotor hat auch noch Zukunft. Dondt meint, dass die Elektromobilität erst in Schwung kommen müsse. Vorher könne sie den Dieselmotor nicht ersetzen. Doch es geht bei der Energiewende nicht nur um den Verkehr. Aber wir müssen schauen, dass wir auch den Industriestandort und die bezahlbare Energie nicht vergessen, weil es hilft uns allen nichts, wenn die Menschen dann keine Arbeit mehr haben, weil die Betriebe abwandern. Hier hat es in der Effizienz schon große Fortschritte gegeben. Wir müssen vorankommen im Leitungsbau, ganz entscheidend. Da haben wir die richtigen Schritte schon auf den Weg gebracht. Nicht nur bei der Energiewende gibt es laut Dondt Fortschritte. Er lobt unter anderem die Rentenpolitik der Großen Koalition. Wir haben in der letzten Großen Koalition das Rentenkonzept bis 2030 auf den Weg gebracht. Das läuft und das läuft sogar besser als damals gedacht, weil eben die Wirtschaft so gut läuft. Und Rente hängt immer auch von Löhnen und von Lohnhöhen ab. Und weil viele Menschen Arbeit haben und gute Arbeit haben, sind die Rentenkassen gut gefüllt. Dondt hofft, dass die Reutlinger ihm wieder ihr Vertrauen schenken. Ob er wieder ein derartiges Ergebnis schafft, erfahren die Menschen am 24. September.